Yo! Yo! Stiggy, ich hab ne instant Frage für dich. Ja! Wenn du eine Sprache außer Englisch so auf Anhieb so fingerschnitzen mäßig lernen könntest, welche würdest du picken? Mandarinen. Okay, warum? Find ich cool halt. Aber ich meine, China, also bist ja nicht so viel. Du hast recht, Digga, hä? Ja, oder? Ist jetzt schon zu spät oder kann ich nochmal die Sprache ändern? Nee, ist schon spät. Ja, scheiße! No way! Bro! Ich hab da drüber nicht nachgedacht. So dumm. Oh fuck, Digga. Dann wär ich ja zu dich eben entschieden. Ich glaub ich den Russischen eben, weil dann könnte ich mich mit den Parents von meiner Freundin unterhalten. Ja, okay. Hey, da möchte ich nochmal ganz kurz, bevor wir weiter über Sprachen reden, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ja? Das, also... Ich muss es jetzt ein bisschen kryptisch erzählen, weil ich es nicht liegen will.